In ein Schloss komme ich nicht rein, oder? Oder gab es beim Schloss noch irgendwas, wo ich nicht längs gelaufen bin? Konnte man da... Ne, nach links. Da konnte man nicht längs. Und da auch nicht. Kommen mit dem... Okay. Aber hier konnte man nichts weiter... Hier gab es dieses... Moment. Können wir das... Können wir das Wappen mit der Hacke da runter... runterhauen? Oh nein. Schade. Können wir das Fass mit der Hacke zerhacken? Hm. Fleisch? Eier? Hm. Wir haben immer noch die Hacke. Leere Flasche Rattengift, käsige Socke. Mit der käsigen Socke müssen wir uns wahrscheinlich eine Ratte fangen. In den Kopf. Ich lasse den Rest hier. Vielleicht können die Böse ein bisschen reinkaufen. Okay. Oh! Hinter dem Schloss? Hinter dem Schloss? Da geht es noch weiter! Ähm... Äh... Gefangener? Ja. Another young life interrupted by a tragic turn to crime. Are you... Referring to me? Obviously. Fantastic! It's working! Huh? What? What's working? I am no prisoner, sir. I am an actor with the Matthias Panek Travelling Theatre Company. Tomorrow, we shall stage Panek's latest work, The Ugly Goats of Jakob, on the Ponte Vecchio. So, are you playing Jakob? Or an ugly goat? Neither. I shall embody the pivotal role of Silent Prisoner No. 5. The Duke has graciously granted me access to this cell that I might better prepare. Hmm. Okay. No offense, but Silent Prisoner No. 5 doesn't sound like a super important role. I don't follow. Well, for starters, I'm guessing the silent part means you don't have any lines? All the more reason to perfect the anguished yet deadened expression. of the incarcerated. Okay, but it also sounds like there are going to be at least four other Silent Prisoners for people to look at. Like, I don't know, Silent Prisoner No. 2. You mean Gary? Huh? Trust me, no one's going to bother looking at Gary. Ja, pff. Der will schon Gary beachten. Well, break a leg tomorrow. I guess. Thank you, friend. You've given me the confidence I need to begin the silent portion of my preparation. Farewell. I shouldn't bother him, while he's getting into character. Hehehehe. Ja. Okay. Äh, Hofnarren. Was ist mit denen los? I feel like there's a joke in here somewhere. Why, Grow Blue. I believe he's referring to you. Well, he sure ain't referring to anything you're saying, smart guy. I'm impressed you can even hear what I'm saying over your incessant farting. You know me. I'm a renaissance man. Hehehehe. Mhm. So what's the story? Did you guys beat up a troubadour? How'd you guess? Pay no attention to my ordinary pumpkin of a colleague. The Duke has jailed us, because he has grown tired of our incessant bickering. Apparently, we're supposed to be funny. Who knew? Tja, wer hätte das schon ahnen können, dass Hofnarren lustig sein sollen. When are you getting out? According to the Duke, once we've reconciled our creative differences and agreed to work together. So, you know, never. Unless, of course, an enterprising young hero were to, uh, break us out. Sounds risky. What's in it for me? I'll let you borrow the suit. Yeah, um, I'll pass. Are you quite certain you aren't willing to, uh, free us? Not to be overly dramatic, but if I go to jail, the universe will actually end. Hey, it's not all bad. I made some of my best friends in jail. Imagine my surprise. Okay, also irgendwie, äh, was? Kanalschacht? I'm not too keen on jumping into a sewer right now. Okay. Can we da mit der Hacke irgendwas machen? I'm not sure how those go together. Hmm. Eier reinschmeißen. I'm not sure how those go together. Äh, die Kiesesocke? Vielleicht leben da Ratten? I don't think that will work. Ah. Uh. Ähm. Okay. Schlafende Wache. Enterhaken. Oh. Und da ist auch schon... Sweet. I've wanted one of these since I was six. Ähm. Äh. Diese Kreidezeichnung hier. Ich glaub, da ist jemand mit dem Enterhaken... Ja. Der hat's vielleicht nicht überlebt. Äh. Loch in der Wand? Okay. You don't need to hide, little fella. I just want to drink a soda and talk about Rat-Stuff. Okay. Können wir die mit der stinkenden Käsesocke anlocken? Hm. I think he'd just grab it and run back into his hole. Hm. Können wir die Käsesocke mit der Wache benutzen? Ich denke, das wird nicht funktionieren. Okay. Dann... Oh. Sleeping on the job. Finally, somebody in this century I can relate to. Hm. Somebody, uh... Stop that... Centaur. Hm. Oh, snap. Sounds like there's a fugitive on the run in Dreamland. Yeah. Why do we need to stop the centaur? Stole... Meatballs. Was? Just some meatballs? That doesn't sound like a big deal. My... Meatballs. Mm-hmm. Aha! Then it's revenge! The plot thickens. Mm-hmm. Und jetzt? I have a plan. Let's chase the centaur from different sides and corner him. You do it. I'm... Polishing... Pants. Pants. You're polishing your pants? Nobody polishes pants. Yeah. Mm-hmm. Stop criticizing my lifestyle. Stop with him. Fine. I'll do it myself. I caught the centaur. I put him in a paddock with a magic force field. Wrong. Centaur. What? What? How many centaurs are there? Apparently... At least... Two. Klar. War ja irgendwie klar. Guy isn't even awake and he's sassin' me. Ist auch nicht schwer, dich zu verarschen. I'm out of ideas here. This dream centaur is dream tricky. I'm out of ideas here. Hm. Okay. Ich dachte, wir könnten die Lanze irgendwie mitnehmen, aber nö. Hier gibt's nichts, oder? Okay, an die Ratte kommen wir nicht ran. Uh, aber, ähm, ja. Ich hab'n Enterhaken jetzt. Können wir den mit dem Gully benutzen? Um den eventuell aufzumachen? Nö. Toll. Das einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist die Fassade von, ähm, Leonardo zu erklimmen. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich hab' keine Ahnung, warum ich das machen sollte. Wir müssen ja sowieso nochmal hierher zurück, um die Ratte zu fangen. Aber, hä? Also, das Spiel gibt mir ja so einige Rätsel auf. Oh, jetzt sitzt der immer nur da, weil da ist ja Honig. Liegt der noch irgendwo hin? Uh, I feel like I skipped reading something about one of these in high school. Ach so, ja. So. Dann wollen wir mal. Einmal rübergehen zu Leonardo. Ich weiß auch nicht, was die beiden da... Ob man da überhaupt irgendwann weiterkommt. Oder ob das einfach nur ein Red Hering ist, wie man so schön sagt. Ein roter Hering, quasi ein, ähm, ja, eine Sackgasse. Also etwas, was einen ablenken soll. Weil hier Fassade und, äh, ja, Enterhaken, Fassade... Können wir bestimmt hochklettern, oder? Ich blende mich vor, sage halber mal. Oh, cool. Meins auch. Hup. Ich dachte schon, er sagt, that was awesome. Fassade? Oh, okay. Das ging ja schneller als erwartet. Loch? Was? Das war... Das ist alles? Loch? Ah, wenn wir also die Farbe haben, können wir die auf sie runterkippen. Weil die wird wahrscheinlich nicht freiwillig. Aber ansonsten gibt's hier nix. Toll. Mir fehlt noch die Wurzel. Mir fehlt die Ratte. Ha! Menno! Eine Sache fehlt noch. Wir haben den Knochen und die Feder. Aber es fehlt diese dämliche Wurzel. Wurzel zerschneiden. Ja, das brauchen wir gar nicht selber machen. Weil der Archimist macht das ja für uns. Äh. Hm. Hm, hm, hm. Gab's hier noch irgendwas? Studio? Eventuell hab ich irgendwas übersehen. Äh, ups. Zzt. Ja, hier hat's beim letzten Mal geruckelt, weil irgendwie die HDMI... Farben? Sieht, wie wir... Nee. Gemälde? Ich will einfach die Wurzel. Und der Zettel halt. Es sieht aus wie eine To-Do-Liste, aber es ist alles zurück. Es ist nur ein Etem, das nicht geschlossen ist. Geh die Katapult-Designungen zum Kastel, um die Verkaufung des Duke. Hm. Arbeitstisch? All das was, sieht so fragil und halb geschlossen. Hm, 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 hm. Ja, Rattengift plus Fleisch und dann die Pflanze, krrk, tot. Äh, was, wozu haben wir Eier? Hier ist aber echt nichts mehr, oder? Nö. Schade. So, gehen wir einmal wieder runter. Und gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Aber, nö, hier ist nur der Durchgang und die Leiche. Nicht gucken unter da. Keine Weise, keine Weise. Nicht gucken. Hm. Nö. Wie sollen wir denn bitte wagen? Das ist die Karte, die der Korps-Delivery-Mann benutzt. Aber da haben wir auch nichts, was wir da irgendwie draufpacken könnten. Ah. Ist die riesig? Ich habe bereits den richtigen Code. Okay. Hm. Hier haben wir jetzt aber zwischendurch nichts zu sagen. Irgendwas anderes. Hey, äh, haben wir beide von euch wissen, ich bin nicht ein Krono. Guck mal, hey, Mann. Bei dem hier kriegen wir nur, wenn wir ihm eine Ratte zeigen, neues Rattengift. Hm. Hier, Fleisch, Frenzen, Pflanze, da kommen wir nicht weiter. Obwohl wir eigentlich ja durch den Zaun greifen könnten, aber nein, so klug ist er nicht. Krabstein mit Honig gibt's auch nichts. Können wir mit dem noch was quatschen? Äh. Oh. Ja. Nö. Äh, ja, okay, ich hab nichts gefragt. Okay, äh, nee, da gibt's nichts. Äh, ja. Hm. Also irgendwas muss da bei dem Gefängnis noch sein. Weil mit dem Fass können wir nichts machen, mit dem Honig nichts machen. Das da ist auch nicht hinter dem Schloss. Die Fackel lässt sich auch nicht auswählen. Gefangener? Irgendwas ist mit dem Kanalschacht doch bestimmt. Können wir aber nicht mit der Hake öffnen. Nein, ich würde lieber nicht. Okay. Hier gibt's auch sonst nichts. Können wir mit dem Ding hier... ...das Loch in der Wand größer machen? Äh, ich will nicht ihn verhörten. Äh, okay. Können wir die Socke mit irgendwas kombinieren? Ich bin nicht sicher, wie die zusammenkommen. Die Socke mit dem... Ich bin nicht sicher, wie die zusammenkommen. Die Socke mit dem... Uff. Jetzt ist der käsige Schmerz super konzentriert in dem Schloss. Uh, 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 wir haben uns einen Rattenfall gebaut. Käsige... Was? Was? Käsige Flasche mit... Geht das? Die Ratte kann ich nicht verstehen. Die spricht kein Englisch. Mwahaha, it's not cheese at all, silly rat. Your nose has betrayed you. Ha. Don't forget the air holes, kids. Genau. Denn bei Monkey Island habe ich gelernt, wenn man die Löcher vergisst, dann sterben die, ähm, die Glühwürmchen. Gefangene Ratte. Naja, ich werde sie dem Typen da geben, damit ich Rattengift kriege, damit ich die Pflanze umlegen kann. Yay. Cool. Cool, 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 cool. Wir kommen endlich weiter. Boah, das hat aber gedauert, bis ich auf die Idee kam. Gerade eben. Dieses... Diese dämliche Socke in das... Vor allen Dingen, warum haben wir eine leere Flasche? Ich dachte erst, wir können eine leere Flasche dem Typen geben und sagen, ja, hier, guck mal. Aber scheinbar ist das Spiel so klug und merkt, da ist keine Ratte in der Flasche. Also kommt die Standardsache für, oh, leere Flasche, du willst eine neue? Dann zeig mir doch, dass du Ratten hast. Ah, ja, 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 ja. So, jetzt, jetzt machen wir Progress. Jetzt machen wir Progress. Aber sowas von... Sowas von Progress. Ähm... Bitte sehr. Your Ratten-Poison is a joke. This Rat ate a whole bottle's worth and he's fine. What? How can this be? I demand a refund. Heh. No cash refunds. Store credit or nothing. Store credit it is. Very well. Let me know when you've decided on an item. And let's keep word of this... product defect between us, shall we? My lips are zipped. Okay. Was war das ganze Rattengift? Äh, Pflanzenberuhigungstabletten. Genau. Stimmt. Can I use my store credit on those pills for the plant? Heh. I suppose that's fair. Here you are. Okay. Das heißt... Äh, die Pillen einmal mit dem Fleisch benutzen. Can we have two great tastes, that go great together. Can we have the Eier then another one? I'm not sure how those go together. Okay, no. Also nicht. Heh heh heh. Das heißt, jetzt werden wir einmal die Pflanze betäuben. Ja, wir werden sie nicht töten mit dem Rattengift, aber wir werden sie betäuben. So. Dom, dom, dom. Chew on this, you grumpy shrub. Dang. That thing's gonna be out for days. Okay. Heh heh heh. Jetzt. Rache! Hau ab! Oh Gott, it's... It's... It's a heem! Heh 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 heh. Rundschaft freigeschaltet. It's a me, Mario! Beziehungsweise es war mal Mario und... Ja. Sleepin' like a monstrous photosynthesizing baby. Heh heh. Dann können wir uns das ja mal holen. Jupp. Okay. Und jetzt... Ja. Jetzt kommt das... Was man ja eigentlich erst machen sollte. Bis man dann merkt... Hm, nein, du musst das unterzeichnet haben, weil... Ja, das Spiel... Hier. Mach mal. Können Sie mir ein bisschen von diesem... Brownification-Elixir? I'm afraid I only have time for orders from high-value customers tonight. Hey, I could be a high-value customer. Ah, doch, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Moment. Was? Kann ich ihm eine Zutat zeigen? Ähm. Das? Was würde ich da... Okay, gut. Wir müssen das abzeichnen lassen, weil... Ja. Das habe ich ganz vergessen, dass er uns ja schon gesagt hat, dass er das nur von betuchten kunden. Und, äh, der Duke ist halt betucht. Also von daher, äh, ja. Das heißt, wir müssen das doch unterzeichnen lassen. Und ich habe auch schon eine Ahnung. Da der die Blaupausen unterschreibt, packen wir das einfach mit bei den Blaupausen rein. Denn, ihr wisst ja, irgend so ein Typ unterschreibt ganz viele Dokumente, also ignoriert der... Ja. Ich werde die Formulierung irgendwo in den Mitteln hier verlassen. Mhm. So. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oh, klopf doch. Du wieder? Kannst du das bis morgen nicht warten? Nope. Du hast vergessen, ein paar Päge dieser Blaupausen zu schreiben. Impossible. Gib sie hier. Hm. Es scheint, dass du richtig bist. Eine dieser Päge ist... Warte mal, ist das eine Formulierung für Haare Dye? Huh? Uh, nein. Das ist... Katapult Dye. Warum der Teufel würde jemanden die Katapulten? Oh, nach einem Zeitpunkt, sie, äh, starten zu gehen. Hm. 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 Ich kann nicht sagen, ob du schockst, aber ich würde lieber das einfach schreiben, als es weiter unterscheiden. Das ist der Spirit? Genau. Einfach unterschreiben, Junge. Danke. Er ist hier in Ordnung. Ich glaube, das ist alles. Sicher ist. Danke. Jupp. Tschau-sinn. Tschau-schau-schau-schau-schau-schau.